es mobil mobil es gibt es nur manchmal zeichnung angucken hier alle teile zu finden die sind manchmal so fies versteckt. Ja, selbst wenn man weiß, was man braucht, muss man es ja erst mal finden, ne? Oh ja. Schon ein bisschen fies. Oh ja. Beispiel fehlt mir gerade das... Ah, hier ist das Dach. Geh drauf! Äh... Halb, ganz vorn... Also nicht ganz vorn, aber vorne... Achso, da. Es fehlen jetzt noch drei Teile. Das? Ich find die Rohre nicht. Ralala. Ich find die Rohre nicht. Ralala. Jetzt fehlt mir noch das Rad. Soll ich ihr helfen? Helfen? Dass wir zusammen dann an den Leidteil sozusagen hinkommen? Ja, ich ne... Hast du das von der Maschine mit dem Code-Dings schon, das Rohr? Ja, das Rohr. Dann... An der Treppe, das hast du bestimmt auch schon, ne? Ja, das fiese, das du so lange gesucht hast. So, dann, ähm, ist... Ups, falsche Tür. Äh... Wird gern hoch. Dann ist, äh... Noch eins. Im Schrank hast du schon bestimmt geguckt und in der Truhe nochmal, ne? In der Truhe war auch eins. Ach Gott, ich bin so doof. Ja. Das ist ja das Fiese an dem Spiel. Das bringt einen immer dahin zurück. Wo man schon mal war. Ja, so, jetzt fehlt mir noch ein Rohr. Dann beim Fernrohr war noch eins. Mein ich. Oh ja, das ist es. Dankeschön. Anrede hast du alle? Ja. Voll die gute Zusammenarbeit hier. Ja, ich möchte das gern da anbauen. Dankeschön. Klöpfchen drücken. Eingehen. Lassen sich nicht mehr einfangen. Jetzt bauen wir auch uns vor Lock zusammen. Nein! Die Kette, was der Hade! Wenn du die Lock angefangen hast zu bauen, geh nicht mehr raus. Ne, oder? Doch. Oh. Das setzt sich wieder zurück. Ich glaube, das war auch das, was Knuddel gestern meinte. Die hatten nicht auch nur mit uns so ein bisschen gespielt. Und dann meinte sie, sie ist auf einmal, ich weiß immer alles von Schwornemann. Ja. Scheiß, die waren dann. Dieser Shit. Oh ja. Hallo? Du musst da oben drauf, bitte. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass man hier so alles auseinander nimmt, ne? Was, wir nehmen alles auseinander? Nein, wir nehmen ja die Garage auseinander. Die Teile liegen ja nicht einfach so auf dem Haufen, so nimm. Sondern die. Ne? Ja. Wir nehmen ja die ganze Garage auseinander. Aber egal, wir fahren ja eh weg. Ja, ist was, ne? Ob sie zusammenkracht oder nicht. Ja. Jetzt fehlt mal wieder dieses komische Auspuff-Verlängerungs-Dingsbums da. Waren das gestern noch? Scheiße. Guck mal da unten, wo der Dampf rauskommt. Oh, ja. Aha. Mir fehlt nur noch das Rad, aber das will ich gleich zeigen, wo das steckt. Und zwar nämlich gestern so ein, Jiro. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Fertig? Ja. Rad. Da ist das Rad. Fiese Stelle, ne? So. So. Toot, toot. Ab geht's. Da, da, da. Ich hab gestern vor Panik gehabt, dass man, während man da fährt, auch noch irgendwas sammeln muss. Das war Knuddels. No! Das war Knuddelspanik auch. Die ist mir nicht als Letzte zu der Stelle gekommen. Und war so so, ah, was muss ich tun, was muss ich tun? Äh, während der Fahrt gar nichts. Ja. Das Spiel, das, das tut einem echt bar. Der Bar. Bar im Kopf. Der Bar, da. Jetzt müssen wir uns die nächste Welt zusammenpuzzeln, bevor wir dahin dürfen. Wo das hingehört. Ich hab schon wieder alles vergessen. Ja. Ja, ich auch. Das ist, äh. Aber jetzt weißt du ja wenigstens, dass du auf den Hintergrund gucken sollst. Oh ja, stimmt. Das hatte ich jetzt schon wieder vergessen. Ja, 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 ja. Ja. Hamstar. Der Hamstar ist da bisher doof in den Kopf. Die hätte das jetzt wirklich wieder vergessen. Das gehört dahin. Nee. Ja. Der ist da schon ein bisschen hilfreich, der hinterher. Hintergrund. Jetzt juckt's mich. So ein Teil, das, das will irgendwo nicht. Keine Ahnung. Das mag nicht. Mag nicht. Ja. Ja. Böses Teil. Böses Teil. Ähm. Der fuck? Was tust du? Magst du, magst du essen? Ich mag auch essen. Und da redet schon wieder komische Sachen. Ja, ja, ja. Kommt vor. Oh, wo gehört das hin? Mh. 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 Ja, das Schwierigste ist immer noch der Himmel, weil die Teile gar nicht so wirklich so sind, wie sie sein. Sind so dynamisch. Und wenn man die dann platziert hat, dann verändern die eh nochmal ihre Farbe. Voll fies. Voll irreführend. Voll assi. Ich bin bereit. Kat setzt mich voll unter Druck. Finde ich voll nicht okay von dir. Sorry. Sorry. Äh. Äh. Ich hab's gleich, ja. Nee. Vielleicht. Käse. Bin einfach so voll wild am Rumprobieren jetzt einfach. Ist mir jetzt egal. Du kommst auf jeden Fall da unten hin. Boah. 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 Ich bin schon sehr gespannt. Ich auch. Voll hippig. Das war ja jetzt nur ein Häuschen. Auf der Map. Und jetzt sind dann noch eins, zwei, drei. Hey. Naja. Der Baum ist nicht ganz fertig. Und das Kleine weiß ich nicht, ob man das als Haus zählen kann. Wird auf jeden Fall lustig. Vor allem die Häuser erinnern mich so ein bisschen an Spongebob. Weil die auch alle so komische Formen haben. So. Wo gehört dieses komische Kruppelding dahin? Da hatte ich gestern schon ein Problem mit dem Kruppelteiler. Ist das? Passt nirgendwo. Ach, das ist ein Teil vom Baum. Ja. Oh. Hab's geschafft! Okay. Continue. Tuckfahren! Gut tut. Ah, jetzt waren wir da dabei vorbei, wo wir gerade gebaut haben. Ja, wenn es doch nur beim Vorbeifahren bliebe. Puzzleteile sind Puzzleteil, Puzzleteil, Puzzleteil. Kennst du noch diese Schiebedinger früher? Diese Schiebepuzzle. Also nicht Puzzle, sondern du ziehst irgendwie und dann hast du statt einer Raupel einen Schmetterling. Scheiße. Weißt du, was ich meine? Ja, das... Ich guck erstmal nach Puzzleteilen. Ich hab Zeit, ich muss Puzzleteile suchen. Oh, guck mal, da ist wieder so ein Rätsel an der Wand. Oh ne, das kann man nicht anklicken, okay. Wir wollen drei Räder haben. Oh nein, du, wir können sogar zurückfahren, ne? Und ich weiß auch warum, doch. Nee. Und wir brauchen... Nee. Hast du... Da war doch so ein Rad, was man drehen konnte am ersten Gebäude. Was kommt man drehen? Und da hab ich immer so was... Genau. Es kommt nichts außer sich drehen. Nein. Und wir müssen wieder zurück. Ich will nicht. Ich suche... Ich suche Puzzleteile. Ich suche Puzzleteile. Ich klicke einfach nicht auf das Rätsel. Und da sind so Nester mit Eiern und bei der Omi war auch so ein Nest mit Eiern. Nein! Da müssen wir auch nochmal was machen. Was ist das? Oh nein, der fuck! Puzzlet ist nicht gesund für mich. Der fuck? Was tut es? Also das tritt hinten und da. Und dann tritt das. Was ist das? Das tritt vorne. Ja, was brauchen wir? Brauchen wir den Apfel oder brauchen wir das Flugzeug? Ich glaube, wir brauchen beides. Ja, aber... Das dreht ganz hinten die. Geht das da nicht mit? Gott. Ich hab das Flugzeug! Ich hab... Ich hab auch das Flugzeug! Ja! Und jetzt? Was hat uns das jetzt gebracht? I don't know. Aber wir haben da das Flugzeug? Immerhin, ne? Bei dem Automaten brauchen wir... Was ist das für ein Ding? Ich glaube, das ist so... Soll so eine Batterie darstellen. Ja. Ja, ich... Gut, dass... Ich weiß, dass du eine Batterie würdest. Danke! Tschüss! Ich drück mal auf den Rückknopf und guck mal, was da links so weiter so ist. Da ist schon mal ein Puzzleteil. Ah. Ja, cool. Da kann man reingucken. Oh Gott, wir müssen auch noch so komische Kugeln sammeln nachher. Kugeln? Welche Kugeln? Wo hast du draufgeklickt? Oh, ja. Kugeln. Ah, ich seh's. Du meinst, das da? Ja. 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 Voll nicht cool. Was ist das da? Da... Da kann man runter in den... Oh Gott, ein alter... Der Kerl. Wir müssen so Reagenzgläser auch finden. Mit Fell... Oh Gott, ja. Ich bin jetzt gerade auch bei dem Sack. Mit dem... Bei dem Sack. Oh, ich hab was. Ich hab so ein Rad gefunden. Ich auch. Geil. Hä? Aber wie... Hä? Achso, das waren vor drei, oder was? Ja. Oh Gott, die Puzzleteile, das sind aber fies. Voll. Voll soll ich jetzt wissen, welche Reagenzgläser in Ordnung sind und welche nicht? Weil irgendwie... Alle sind toll. Das Rad, gib her. Neh, oh, da ist eins. Oh Gott, meine Fresse, was man da alles machen kann. Sogar noch in seinen Keller gucken. Ja, da bin ich auch gerade. Weiß aber sonst nichts. Irgendwann nichts, was wir brauchen kann. Hörst du mal auf Borderlands zu spielen, Basti? Es geht mal gar nicht. Oh, Wandpuzzle. Was? Oh nein. Oh nein. Oh nein, das ist so ein verschiebeding. Sie bumm sie da. Oh nein, das ist so ein verschiebedingter. Ja, aber guck mal. Das ist so, du kannst die immer so miteinander schieben. Immer noch besser, als wenn du immer auf den freien Platz schieben musst. Da fail ich so hart drinnen, ne? Scheiße. Oh, du musst da hin, du musst da hin, du musst da hin und du musst da hin. Ich hab keine Ahnung, wo das insgesamt sich finden muss. Aber ich versuch grad mal das so ein bisschen zusammen zu irgendwie knubeln. Ja, ich hab jetzt grad das Rad mal. Aber der hat das wohl in der Hand. Ja. Und zwar hat das links von sich. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal total fail, was ich hier gemacht habe. Ja, meiner ist auch grad total links, der Typ. Also werde ich den jetzt mal ganz nach rechts buxieren. So. Das läuft. Nein, ich will das da hin haben. Okay, das sieht gut aus. Ja, so langsam kriegst du ein bisschen Form. Eventuell vielleicht, manchmal. Bei mir der Typ ist noch voll zerstreut. Also der Typ hat Gestalt angenommen. Ich glaube aber, da muss noch eine Reihe rechts neben ihm. Scheiße. Oh, schau, Mama. Ja, rechts neben ihm ist noch was. Ja. Da ist noch eine Reihe neben ihm. Dann buxieren wir das alles da rüber. Yay. Okay, ich hab's. Sauerei. Was kriegen wir jetzt dafür? Käse. Oh, der Mann gibt uns anscheinend die Batterie, wenn wir irgendwas tun. Toten tun da. Aber irgendwie kann ich das Ding nicht identifizieren, was er da hat. Äh. War ein Puzzleteil. Noch Gott, Kat. Ja, ich hab das nicht gesehen gleich. Und als ich schon hoch, so hoch geschwenkt habe mit der Kamera, hab ich's erst gesehen.